Hallo Leute, herzlich willkommen zu meinem neuen YouTube-Video. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr euch bei TikTok den Text vorlesen lassen könnt. Dafür macht ihr erstmal euer gewünschtes TikTok. Drückt oben rechts auf die Doppel-A's, schreibt euren Text ein und drückt auf Hallo und drückt oben auf Sprachausgabe. Hallo! Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen und würde mich über ein Like und ein Abo freuen. Bis zum nächsten Mal. Hallo! Ciao!